Was? Nicht mit dem Elefant. Und die Katze, der Hund und der Esel gingen nach Bremen. Und sie gingen 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 und sie gingen. Und sie sahen... Elefant. Nicht einen Elefant. Elefant. Sie sahen einen... Tiger. Wo mache ich denn hin? Hier. Tiger. Tiger. Eine Tiger? Nein. Sie sahen einen... Geist. Ein Geist. Sie sahen einen... Hahn. Der Hahn macht... Kikiriki. Kikiriki. Ja? Ein Hahn. Der Hahn macht... Kikiriki. Kikiriki. Der Esel, der Hund und die Katze sehen den Hahn und hören den Hahn. Der Hahn ist laut. Der Hahn machte Kikiriki. Der Hahn machte Kikiriki. Aber der Hahn war auch traurig. Und der Hahn hatte auch Axt. Der Hahn gehörte nicht einem Mann, einer Frau. Und die Frau wollte den Hahn töten. Ach, die Frau wollte den Hahn... In einer Suppe kochen. Ganz heiß. Heiß! Ah! Die Frau wollte den Hahn in der Suppe kochen und essen. Dann ist der Hahn auch gut. Aber der Esel sagte, Hahn, komm mit. Wir gehen nach Bremen und wir werden Musikanten. Ich spiele die Gitarre. Der Hund spielt die Trommel. Die Katze spielt die Geige. Und du, du singst. La 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 la. Du singst. Aber der Hahn singt nicht. La la la. Der Hahn singt. Kikirikiki. Ja? Ja. Du singst. Und der Hahn dachte, hm, mit dem Esel und dem Hund und der Katze nach Bremen gehen und Musik machen? Oder ich bleibe hier und komme in die Suppe. Und die Frau kocht die Suppe und isst nicht. Ich gehe nach Bremen. Also ging der Hahn mit der Katze und dem Hund und dem Esel nach Bremen. Und sie gingen und gingen und gingen und gingen und gingen und es wurde... Es wurde... Es wurde... Es wurde dunkel und der Hahn war müde. Und der Hund und der Esel und die Katze waren auch müde. Und sie gingen und gingen in einen Wald. Sie gingen und gingen und gingen in einen Wald. Der Esel... Esel in rot. Esel in blau. Der Esel legte sich vor den Baum. Und der Hund legte sich auch vor den Baum. Die Katze legte sich auf den Ast und Baum. Der Hund und der Esel legten sich vor den Baum. Die Katze legte sich auf den Ast. Und der Vogel, der Hahn, flog hoch auf den Baum. Und der Hund und der Esel, die Katze und der Hahn wollten schlafen. Aber der Hahn sah ein Haus. Der Hahn sah ein Haus und in dem Haus war ein Licht. Es war hell. Der Hahn sah das Licht. Und der Hahn dachte, ich habe Hunger. Der Hahn dachte, ich habe Hunger. Der Hahn dachte, ich habe Hunger. Und er kam zu dem Esel und dem Hund. Und sagte, ich habe Hunger. Und Katze. Da ist ein Haus. In dem Haus ist Licht. Ich habe Hunger. Vielleicht gibt es Essen in dem Haus. Der Hund und der Hund und der Hund und der Esel und die Katze hatten auch Hunger. Und alle vier, 1, 2, 3, 4, gingen zu dem Haus. Und in dem Haus gab es ein Fenster. Der Esel war groß und der Esel sah durch das Fenster. Der Esel sah durch das Fenster. Der Esel sah nicht einen Mann, nicht zwei Männer. Der Esel sah fünf Männer. Fünf Männer an einem Tisch. Und die Männer aßen. Es gab Essen. Aber die Männer waren nicht normale Männer. Normale. Die Männer waren Räuber. Die Männer waren böse Männer, nicht gute Männer. Die Tiere. Die Tiere, der Hahn, der Esel, der Hund und die Katze hatten Hunger. Und in dem Haus war viel Essen. Aber auch Räuber. Böse Männer. Der Esel hatte eine Idee. Der Esel hatte eine Idee. Der Esel hatte eine Idee. Vielen Dank.